Guten Morgen. Es ist schön bei euch hier in Aarau. Toll. Danke für den freundlichen Empfang. Ich möchte mich ganz, ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Reinhard Dannecker. Ich bin 40 Jahre alt, verheiratet mit Tabea. Wir haben zusammen drei Töchter. Alina neun, Livia sechs und Julia vier. Und seit 17 Jahren, 18 Jahren bin ich in der Schweiz. Das kam so, dass ich hier studiert habe und hier meine große Liebe gefunden habe und hängen geblieben bin. Und so lebe ich jetzt in diesem wunderschönen Land Schweiz. Ja, ich freue mich bei euch sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit euch heute über einen Psalm nachdenken, ganz besonders über einen Satz aus diesem Psalm. Wenn Sie mitlesen möchten, Sie finden diese Aussage in Psalm 73. Das ist ein Psalm, den Asaph geschrieben hat. Und ich lade Sie ein, dass wir so ein bisschen diesen Psalm heute Morgen nachspüren. Da steht ein wunderbarer Satz gegen Ende dieses Psalms. Und dort heißt es, dir Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Dir Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Der Name Novak Djokovic, der dürfte Ihnen allen bekannt sein. Tennisspieler, Weltrangliste Nummer eins. Vor einiger Zeit konnte man über ihn lesen, dass er der erste Tennisspieler ist, der über 100 Millionen Dollar Preisgelder erspielt hat. Roger Federer, für die, die es interessiert, ist knapp dahinter mit 78 Millionen. Da lebt es sich auch nicht schlecht. Mir ist eine Aussage hängen geblieben von dem Trainer von Novak Djokovic. Und zwar ist er ganz begeistert über die Einstellung seines Schützlings und beschreibt die Haltung von Djokovic mit den Worten, er ordnet jeden Tag des Jahres dem Tennis unter. Und so war das auch bei mir. Übrigens Boris Becker, der hat auch mal ganz gut gespielt. Er ordnet jeden Tag des Jahres dem Tennis unter. Das ist ja in diesem Fall ein Kompliment. Der Mann ist ja Tennisspieler und der ist richtig gut und der macht das nicht einfach nur so. Der hat eine Erwartung. Er will diesen ersten Platz verteidigen und auf der Weltrangliste. Er will gewinnen und so ist Tennis sein Leben und Gewinnen sein Ziel. Er ordnet jeden Tag des Jahres dem Tennis unter. Als ich das so gelesen habe, habe ich so daran gedacht, was würden denn Menschen, die mich gut kennen, über mich sagen? Wem oder was ordne ich denn meinen Alltag, mein Leben unter? Jeden Tag meines Lebens. Wenn sie meine Frau fragen könnten, was würde die denn so über mich denken? Ich habe ja keinen Trainer, aber ich habe eine gute Frau. Was würde die über mich sagen? Wem oder was ordne ich jeden Tag meines Lebens unter? So prägnant auf einen kurzen Satz zusammengebracht. Egal wie sie oder ihr Trainer oder ihre Ehefrau oder wer auch immer, so ihr Lebensmotto zusammenfassen würde. Asa, finde ich, hat ein geniales Lebensmotto. Dir, mein Gott, nahe zu sein, das ist mein Glück. Und ich möchte uns einladen, dass wir lernen, heute Morgen diesen Satz mitzusprechen, nachzusprechen. Immer wieder neu zu sagen, Herr, dir nahe zu sein, das ist mein Glück. Dir nahe zu sein, das erfüllt mich wirklich. Den Alltag mit dir zu teilen, die Fragen, die mich in meinem Alltag beschäftigen, in meinem Leben, die Entscheidungen, die ich treffen muss. Herr, in deiner Gegenwart diese Entscheidungen zu treffen, das ist Glück, das erfüllt mich. Das erfüllt mich mit Frieden, mit Freude, mit Dankbarkeit. Zu wissen, dass du da bist, auch wenn ich dich enttäuscht habe. Herr, das ist mein Glück, dass ich keine Angst haben muss, dass du dich irgendwie beleidigt von mir abwendest. Dir nahe zu sein, das ist mein Glück, oh Gott. Deine Nähe schenkt mir Leben. Können wir diesen Satz mit Asaf mitsprechen? Können wir diesen Satz nachvollziehen, dass da jemand sagt, Gott, bei allem, was diese Welt zu bieten hat, an Schönem, an Gutem, ist mein Glück bei dir in deiner Nähe? Oder ist uns das fremd? Wenn Ihnen diese Aussage fremd ist, dann könnte Asaf sie vermutlich am allerbesten verstehen. Denn er ist nicht mit diesem Satz auf die Welt gekommen. Ganz im Gegenteil, dieser Satz hat eine Geschichte und ich lade Sie ein, dass wir diese Geschichte so ein bisschen nachempfinden. Ganz im Gegenteil, zu Beginn des Psalms fragt sich Asaf, bringt mir die Sache mit Gott überhaupt etwas? Bin ich nicht ohne Gott viel glücklicher? Asaf schildert in Psalm 73 den inneren Kampf, den er hatte, bis er diesen Satz zu seinem Lebensmotto gemacht hat und erfahren hat, dass dieser Satz Realität ist und dass er stimmt. Er stellt diese Frage, wir müssen uns das ganz kurz bewusst machen, das ist eigentlich verrückt, er stellt sich diese Frage ja als einer, der eigentlich rein äußerlich betrachtet ganz nah bei Gott war. Einige von Ihnen wissen vermutlich, welchen Job Asaf hatte. Der war Musiker im Tempel. Der war ganz vorne mit dabei, der hat miterlebt, wenn die Opfer da gebracht worden waren. Das war der Ort, wo Gott gesprochen hat. Das war der Ort, wo die Menschen die Beziehung zu Gott gepflegt haben, die Verbindung mit Gott gesucht haben. Er kannte David persönlich, die Hits von David sind in der Hitparade rauf und runter gespielt worden und der kannte diesen Mann. Sensationell, oder? Man könnte sagen, Mensch, der war doch in der Nähe Gottes, der war ganz nah dran am Geschehen, vertraut mit dem Wort Gottes, er lebte die Opfer mit. Und die Menschen, die dort kamen mit ihren Fragen, mit ihren Sehnsüchten, mit ihren Nöten und verändert wieder von dort weggegangen sind. Er hat das doch alles miterlebt. Da kann es ja durchaus auch eine Ähnlichkeit zu uns geben, vielleicht auch heute Morgen. Man ist treu in der Gemeinde dabei. Man hat so seine Aufgabe, ganz nah dran am Geschehen. Und doch ist man irgendwie, hat man keine geistliche Perspektive und kann sogar mit dieser Frage heute Morgen hier sitzen, ist mein Glück nicht irgendwie abseits von Gott? Warum geht es den anderen so gut? Man fragt sich so ähnlich vielleicht wie Asaph, ich bin hier, ich funktioniere, ich liefere so ab, was man von mir fordert, erwartet. Aber wo ist Gott eigentlich in dem ganzen Geschehen? Asaph betreibt da keine Schönfärberei und er packt aus und ich lade sie ein, dass wir diese Worte einmal mitlesen, mit nachlesen. Er packt aus und sagt, was in ihm vorging. Er sagt, ich aber beinahe wären meine Füße ausgeglitten, beinahe hätten gewankt meine Schritte. Und es ist ganz schnell klar, was Asaph damit meint. Er meint damit, mein Vertrauen in Gott hätte ich beinahe verloren. Stellen Sie sich einmal vor, Asaph, voll mit dabei. Musiker im Tempel, erlebt Gott seine Führungen und plötzlich dieser beißende Zweifel, der ihn anfällt, und er schreibt sogar, was seine Zweifel ausgelöst haben. Hören wir mal hin, ich beneidete das Wohlergehen der Übermütigen. Als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah, keine Qualen haben sie bei ihrem Tod und wohlgenährt ist ihr Leib. Und er fährt weiter, fürwahr umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Ich werde geplagt den ganzen Tag, meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Übersetzen wir das einmal gemeinsam, was Asaph hier sagt, so in unser Leben hinein. Ich setze mich für Gott ein. Ich halte mein Herz rein. Ich liefere, ich leiste, lebe für Gott. Und was habe ich davon? Nichts. Umsonst habe ich mein Herz reingehalten. Und den anderen, die sich keinen Deut für Gott interessieren, denen geht es gut, sagt Asaph. Wohlgenährt ist ihr Leib. Mit anderen Worten, die werden immer reicher und reicher, genießen ihr Leben. Und ich, ich armer Schlucker, armer Asaph. Spüren wir das? So seine konkrete Frage, die er hat, warum geht es denen ohne Gott so gut? Wir könnten die Frage auch so formulieren, liegt mein Glück nicht abseits von Gott? Komme ich ohne Gott nicht viel weiter als mit ihm? Und wir können sagen, Asaph hat überhaupt keine geistliche Perspektive mehr. Er ist geistlich völlig blind und er ist kurz davor, die Sache mit Gott abzuschließen. Umsonst ist die Sache mit Gott. Das ist so sein Fazit, dass er in dieser Glaubenskrise zieht. Gott sei Dank nur ein zwischenzeitliches Fazit. Denn die Story geht weiter. Der gleiche Asaph bekennt jetzt plötzlich einige Verse später, dir Gott nahe zu sein. Das ist mein Glück. Und er sagt sogar, außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leben und mein Herz vergehen. Meines Herzens Trost und mein Teil bist du Gott. Du. Asaph ist nicht wiederzuerkennen, oder? Der gleiche Asaph. Von geistlicher Krise keine Spur mehr. Von geistlicher Blindheit, Perspektivenlosigkeit, Hoffnungslosigkeit. Alles wie weggeblasen. Plötzlich begegnet uns ein glaubensstarker Asaph, mutig, lebensfroh, mit einem absolut genialen Lebensmotto. Dir nahe zu sein ist mein Glück. Was ist passiert? Wo nimmt diese Krise ihre Wendung? Asaph macht das, was vermutlich viele Menschen versuchen in dieser Situation. Sie versuchen irgendwie mit dieser geistlichen Krise umzugehen. Und er nimmt uns da ganz ehrlich hinein in seinen Fragen und in diesen Weg, den er zurücklegt. Und er schildert uns, wie er da vor sich ging. Zunächst sagt er, wie es nicht geklappt hat. Das ist ja auch mal gut zu wissen, wie hat es denn nicht geklappt, Asaph? Er sagt ganz ehrlich, da dachte ich nach, es zu begreifen. Aber es war mir zu schwer. Ich habe das nicht verstanden. Was er versucht, er hat versucht, diese Krise intellektuell mit Nachdenken in den Griff zu kriegen. Er hat nachgedacht, um dies zu begreifen. Warum geht es den anderen so gut und mir, armem Schlucker, so schlecht? Und schauen Sie, dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Wenn wir unser Hirn einschalten, wenn wir nachdenken, wenn wir versuchen zu überlegen, wenn wir, und es gibt ja wirklich gute, gute Antworten auf brennende geistliche Fragen, auch Nöte und gute Antworten, die uns irgendwo intellektuell etwas bieten können und herausfordern können und helfen können. Aber das Problem ist, dass eine intellektuelle Antwort letztlich auf die tiefen Fragen unseres Lebens, die existenziellen Fragen unseres Lebens, nicht befriedigend sind. Die erfüllen uns nicht. Die machen uns nicht glücklich. Wir sehen das zum Beispiel bei Hiob. Die Freunde von Hiob, bei allem Respekt, die haben ja die Weisheit mit Löffeln gefressen, oder? Die wussten auf jede Frage, die Hiob hatte, eine Antwort. Aber für Hiob war jeder Satz der Freunde wie Salz in eine offene Wunde gestreut. Ihre kalte Rechtgläubigkeit hatte manchmal so etwas richtig vernichtend Brutales. Das haben Sie vielleicht auch schon erlebt. Geistliche Richtigkeiten im richtigen Augenblick uns um die Ohren gehauen, machen etwas kaputt in uns, anstatt uns aufzurichten. Der andere meint es gut, aber das Ergebnis ist zerstörerisch. Der beste Beitrag, den die Freunde Hiobs geleistet haben, war, glaube ich, das tagelange Schweigen zu Beginn ihrer Begegnung. Keine einzige intellektuelle Antwort, die diese Freunde dem Hiob darboten, hat Hiob näher zu Gott gebracht. Die gleiche Erfahrung macht jetzt wieder Asaph. Und vielleicht haben Sie diese Erfahrung auch schon gemacht. Da dachte ich nach, dies zu begreifen, aber es war mir zu schwer. Es war mir eine Mühe. Luther übersetzt eben, es war mir zu schwer. Und wir müssen es einfach mal verstehen. Wir selbst kriegen unsere Glaubenskrisen nicht in den Griff. Wir selbst schaffen das nicht. Ich bin so froh, dass Asaph uns einen zweiten Weg schildert, der zum Erfolg geführt hat. Hören wir noch mal ganz genau hin, was Asaph da sagt. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Es war mir zu schwer. Und jetzt kommt's, bis ich hinein ging in das Heiligtum. Bedenken will ich dort ihr Ende. Merken wir, was hier passiert? Was bringt die entscheidende Wende? Er nimmt die ganzen Fragen, seine ganzen Fragen, seine ganzen Zweifel, seine ganzen Nöte, nimmt er ins Heiligtum mit zu Gott hinein und dort geschieht die entscheidende Wende. Bei Asaph lernen wir, was passiert, wenn wir Menschen in unserer Begrenzung und in unserer Kurzfristigkeit, wenn wir uns dem ewigen Gott zuwenden. Unsere Fragen bekommen dann plötzlich eine ganz neue Perspektive. Unser ganzes Leben wird in ein neues Licht hineingestellt. Und wenn wir dem ewigen Gott mit unseren Fragen begegnen und wir ihn wirklich uns öffnen und auf ihn einlassen, dann bekommt alles Zeitliche plötzlich ein völlig anderes Gewicht, ein völlig anderes Vorzeichen. Asaph sagt es so, bedenken will ich dort ihr Ende. Und Asaph merkt plötzlich in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart des ewigen Gottes, auf das Ende kommt es an. Das ist das Entscheidende. Und wer dem Ewigen begegnet, der kann die zeitlichen Umstände plötzlich in einem neuen Licht erkennen. Der beginnt plötzlich mit den Augen des Glaubens zu sehen. Es können so viele Menschen bezeugen, die diesen Schritt auf Gott zugemacht haben, die diesen Schritt ins Heiligtum hineingetan haben und gemerkt haben, ich habe eine ganz neue Sicht auf mein Leben. Das ist ein ganz schwaches Beispiel, ich weiß. Und doch ist der Vergleich so abwegig gar nicht. Djokovic hat sein Ziel vor Augen. Er will der beste Tennisspieler der Welt bleiben. Die logische Folge, er ordnet jeden Tag des Jahres dem Tennis unter. Er denkt vom Ziel her. Und alles andere in seinem Leben ordnet er dem Tennis unter. Diesen Ziel unter der beste Tennisspieler der Welt zu bleiben. Und ich will das überhaupt nicht kleinreden. Ich finde das sehr bewundernswert, wenn jemand auf McDonalds verzichtet, nur um die Weltranglisten erste im Tennis zu bleiben. Vielleicht verstehen Sie mich da jetzt überhaupt nicht, aber so ein Big Mac ab und zu, das ist schon was Gutes. Aber wisst ihr, was so tragisch ist an dieser Geschichte? Wenn wir einmal dem Ewigen begegnen werden und alles, was wir sagen können, ist zu sagen, ich habe jeden Tag meines Lebens dem Tennis untergeordnet. Merken wir plötzlich, wie armselig das Ganze wird. Wie gesagt, ich schaue so gerne Tennis und meine ganze Familie spielt Tennis. Ich bin der Einzige in der Familie, der nicht Tennis spielt, weil ich Bratsche spiele, Geige gelernt habe und mein Geigenlehrer damals gesagt hat, es gibt einen Tennisarm und deswegen haben meine Eltern gefunden, nein, ich darf nicht und ich trage es Ihnen nicht nach. Ich spiele so gerne Bratsche und ich bin Ihnen heute dankbar, aber für den Moment. Also ich möchte Ihnen einfach sagen, ich finde das toll, ich bewundere Djokovic und seine Lebensleistung, genial, aber merken wir, wenn wir dem Ewigen gegenüber treten, dann spielt das doch überhaupt keine Rolle mehr. Ob wir super waren im Tennis spielen oder ob man einen Tennisarm hatte oder irgendein, dann spielen doch andere Dinge plötzlich eine Rolle und das geht dem Asaph in der Gegenwart Gottes plötzlich auf. Dass all das, wovon ich mir meine Hoffnung im Leben erträume, die Erfüllung meiner Wünsche, dass ich das letztlich nur bei dem Ewigen finde. Er denkt vom Ziel her, dir nahe zu sein ist mein Glück und wenn ich einmal Jesus Christus sehe von Angesicht zu Angesicht, dann möchte ich das einmal sagen, Herr, dir nahe zu sein, das war mein Glück. Schon damals als ich traurig war, als ich nicht Tennis spielen konnte und jetzt einmal für ewig und vielleicht hat es im Himmel ja auch einen Tennisplatz. Ich weiß es nicht. Und wenn du heute Morgen da bist und sagst, das möchte ich auch, ich möchte das mit Asaph mitsprechen, Herr, dir nahe zu sein ist mein Glück, dann möchte ich einfach im Auftrag von Jesus eine Einladung aussprechen. Jesus selbst sagt einmal, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, mit beladen, mit diesen Fragen, auf die es keine gute Antwort gibt. Antworten, die mehr Salz in die Wunde gestreut sind als irgendetwas anderes. Komm her mit deinen Lebensfragen, mit den Lebenslügen, denen du aufgesessen bist. Danke für die wunderbare Buchvorstellung. Mit all dem, wovon du jetzt vielleicht noch nicht so richtig überzeugt bist. Komm in die Gegenwart Gottes, komm zu Jesus Christus. Er hat alles getan, damit wir wieder bei Gott sein können. Er ist uns nachgegangen, hat unser Leben gelebt und er ist für uns ans Kreuz gegangen. Aus Liebe hat er dort sein Leben für uns gelassen und hat alles auf sich genommen, was uns von Gott trennt in seinem Sterben. Er ist auch verstanden und er lebt und er bietet jetzt genau dieses an. Komm, schlag ein. Ich führe dich wieder zum Vater. Ich führe dich zurück zu dem Ewigen. Ich führe dich hinein in eine ganz neue Lebensqualität, wo Dinge plötzlich wichtig werden, die dir jetzt noch überhaupt nicht wichtig sind und wo Dinge unwichtig werden, an denen jetzt vielleicht noch dein vermeintliches Glück hängt. Komm zu Jesus und lass dich von ihm mit einem neuen Leben beschenken. dir nahe zu sein ist mein Glück. Nun Asaph, als er diesen Zeilen geschrieben hat, war er ja noch nicht im Himmel. Er war noch mit beiden Beinen fest im Leben und rein äußerlich hat sich zunächst mal gar nichts geändert. Als ihm sein Nachbar nach der Begegnung, nach dieser Erfahrung im Tempel wieder über den Weg gelaufen ist, hat Asaph nicht plötzlich sich verändert gehabt. Vielleicht ist er etwas beschwingter gelaufen, ich weiß es nicht. Aber rein äußerlich haben sich die Umstände nicht wirklich verändert. Asaph war immer noch Asaph und er wohnte im gleichen Haus, mit der gleichen Familie, mit dem gleichen Job, mit der gleichen Frau, mit dem gleichen Weg zur Arbeit, mit den gleichen Kollegen. Er nahm seinen Dienst als Sänger weiterhin wahr. Rein äußerlich änderte sich überhaupt nichts. Das meinen wir ja manchmal. Wenn wir an so ein paar Schräubchen in unserem Leben drehen, dann stellt sich das neue Glück ein. Neuer Lebenspartner, neues Haus, neuer Job, neues Auto, neue Schuhe. Fügen Sie mal an, was Sie jetzt so denken. Und ich möchte es gar nicht für jeden Fall ausschließen, dass es dazugehören kann, äußere Parameter zu verändern. Wenn etwas nicht zur Nachfolge Jesus hinterher passt, dann gibt es ja nichts Besseres, als das aus dem Leben auszuscheiden und rauszuschmeißen. Aber bei Asaph lernen wir, nein, es ist die Perspektive des Glaubens, die Begegnung mit dem Ewigen, die alles Zeitliche in ein neues Licht stellt. Wie sagt er es, du hast mich an meiner rechten Hand gefasst. Mit anderen Worten, du führst mich, Gott. Du bist mir nahe, du meinst es gut mit mir, du hast mich an meiner rechten Hand gefasst. Das ist mein Glück durch alle Höhen und Tiefen meines Lebens hindurch. Bist du die liebevolle, vertrauensvolle, kraftvolle, Konstante in meinem Leben. Du hast meine rechte Hand gefasst und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Was für ein Augenblick, wenn wir vom Glauben zum Schauen kommen werden. Dürfen jetzt immer wieder so einen Vorgeschmack dessen erleben, was wir dann einmal erleben werden, wenn wir dem ewigen Gegenüber treten, wo es heißt, kein Leid, keine Tränen werden mehr sein. In der vergangenen Woche sind wir als Älteste zu einer Schwester aus der Gemeinde gerufen worden. Sie hatte im Hals so eine so Zystenverengung und es hat ihr immer wieder auf die Röhre da irgendwie gedrückt. Also sie hat das versucht zu beschreiben und sie musste sich immer räuspern. Es war so ein ganz unangenehmes Gefühl. Gutartig zwar, aber doch einfach erschwerend. Und wir haben, sie hat uns gerufen als Älteste, wir haben für sie gebetet und ich habe sie dann hinterher gefragt, und wie geht es dir? Spürst du schon irgendeine Veränderung? Sagt sie so ganz schüchtern, ja der Druck ist weg. Der Druck ist weg. Und ich habe mich natürlich gefreut, aber ich bin immer noch so dann ein bisschen, ich will es dann schon wissen. Und habe sie dann am nächsten Tag nochmal gefragt, du wie ist es denn? Wie geht es dir denn heute? Ja der Druck ist immer noch weg. Und sie gibt heute in unserer Gemeinde ein Zeugnis. Das ist so ein Vorgeschmack dessen, was passiert, wenn wir einmal vom Glauben zum Schauen kommen werden. Und ich bin so dankbar, dass Gott solche Zeichen auch immer wieder schenkt. Zeichen seiner Liebe haben wir glaube ich vorhin gesungen. Aber das ist alles nichts gegenüber der Herrlichkeit, die wir einmal sehen werden, wenn wir dem Ewigen gegenübertreten werden, von Angesicht zu Angesicht und Jesus Christus sehen werden, der sein Leben für uns gelassen hat und er uns umarmen wird und sagen wird, komm her, es ist alles gut. Du bist jetzt zu Hause, du bist jetzt an dem Ort, für den ich dich immer vorgesehen hatte. und David sagt und bekennt, vor dir ist Freude die Fülle. Ihr Lieben, unser Leben hat ein Ziel und es macht mich so tief traurig, dass wir Menschen manchmal, ich nehme mich da ganz mit rein, dieses Ziel manchmal aus den Augen verlieren, dass wir manchmal so kurzfristig denken und für uns Dinge so wichtig sind, die in der Ewigkeit einmal überhaupt keine Rolle spielen werden mehr. Also wer mich kennt übrigens, ich lebe unglaublich gern. Ich stehe hier nicht als lebensmüder, frustrierter Pastor oder so oder es geht mir wirklich gut. Und doch freue ich mich auf diesen Augenblick, wenn ich einmal sagen kann, Herr, dir nahe zu sein, das ist mein Glück und das kann mir niemand mehr nehmen. Kommt, wir wollen noch beten und ich möchte Sie einladen, dass wir gemeinsam aufstehen, dass wir einfach jetzt diesen Schritt in die Gegenwart Gottes tun, unser Herz öffnen, vor Gott ablegen, was uns hindert, zu ihm zu kommen. Er steht mit geöffneten Armen da, unser Herr, unser Kommher zu mir. Vater im Himmel, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass wir heute Morgen einfach staunen dürfen über diesen Weg, den du mit Asaf gegangen bist. Wie liebevoll du ihn an deine Hand genommen hast, wie liebevoll du ihm begegnet bist, dort im Heiligtum, als er mit all diesen Fragen zu dir gekommen ist und mit seiner, ja, mit den Zweifeln und du ihn liebevoll an deine Hand genommen hast. Und Vater, ich danke dir, dass du Jesus Christus auf diese Welt gesandt hast, dass du, Herr Jesus, die Herrlichkeit verlassen hast, um uns den Weg zurück zum Vater zu bahnen. und also kommen wir jetzt einfach zu dir und ich möchte und wir wollen ganz besonders heute Morgen an die denken, in unserer Mitte auch, die Mühe haben, diesen Satz heute Morgen mitzusprechen. Vater, ich bitte dich, dass du in deiner Liebe ihnen nachgehst, ihnen begegnest, in deinem Wort, in deiner Liebe und sie erleben lässt, was es bedeutet, von dir erlöst zu sein, diesen Frieden zu erleben, diese Freude zu erleben, die nur du schenken kannst. Vater, wir beten dich an, wir loben dich und wir preisen dich. Amen.